Ist der Bär erlegt und der Bulle an der Macht wieder? Es sieht ein bisschen so aus, zumindest mal auf den ersten Blick. Und es gibt ein paar nicht so schlechte Anzeichen, doch eins nach dem anderen. Wir hatten aus Europa vorhin die Information der EZB. Die Notenbank hat tatsächlich um 50 Basispunkte erhöht. Im weitesten Sinne war es erwartet worden. Kurzzeitig hatten einige Modelle gesagt, nach dem, was wir gestern so gesehen haben, eventuell doch nicht ganz so viel, aber alles Geschichte von gestern. Die meisten haben ursprünglich mit 50 Basispunkten geliefert. Wie bestellt kann man sagen, die EZB hat so abgeliefert. Und all die Nachrichten, die auch in der Pressekonferenz und in Lagards Ansage am Nachmittag zu hören waren, haben den Markt eher nach oben gebracht. Wir sehen das Ganze im Tagesschart. Haben wir und die Kerze ist ja schon fast zu Ende. Insofern ist das schon fast eine valide Information. Einen wunderbaren Hammer. Und manch einer erinnert sich, war das nicht der Fall, dass Hammer typische Wendesituationen sind. Vorher müsste es allerdings abwärts gegangen sein. Schnelltest zeigt, jawohl, es war vorher abwärts gegangen. Damit haben wir gute Voraussetzungen, dass der Markt jetzt wieder auf dem Weg nach oben ist und höhere Niveaus tatsächlich anstrebt. Wie hoch, das wird jetzt natürlich die Frage sein. Das sagt diese Kerze alleine jetzt nicht. Also das sollten wir nicht überbewerten. Sie zeigt aber, dass zumindest vorläufig die Abwärtsbewegung zu Ende ist. Und wenn wir hier auf den 4-Stunden-Chart gucken, noch mal so ganz grob in Erinnerung gebracht, diese Abwärtsbewegung hätte ja so oder so eine Gegenbewegung jetzt erst mal verdient. Wir haben beide Modelle uns mal durch angeguckt. Wir hatten beide in den letzten Tagen schon besprochen. Eins, machen wir es mal einfach, ist eine ABC, eine ABC und dann hier hinten noch mal eine scharfe Abwärtsbewegung. Flat, fertig an diesem Bereich. Wir hatten darüber gesprochen. Hier ist eine Unterstützung, die durchaus halten kann. Und jetzt wäre es demnach völlig in Ordnung, wenn der Markt jetzt wieder mit einem Schub nach oben weiter geht, zwischendurch mal korrigiert und diese Korrekturen, ähnlich wie das hier auf der Abwärtsseite war, diese Korrekturen, hier hatten wir es so halbwegs auf der Abwärtsseite immer wieder, solange es korrektiv ist, noch nicht long gehen. Also das ist alles noch kein Zeichen. Jetzt natürlich dann umgekehrt, wenn wir eine steile Aufwärtsbewegung jetzt bekommen, die muss nicht so weit sein, wenn ihr jetzt sagt, das will ich doch nicht verpassen, die ganze Bewegung, könnt ihr natürlich hier in 5 Minuten, 15 Minuten, welchen auch immer Chart, im kleinen Chart hier dieses Muster ebenfalls suchen. Wenn ihr es findet, lasst euch orientiert oder orientiert euch optisch an dieser Abwärtsbewegung. Da seht ihr, wie man die starken und die schwachen Seiten unterscheiden kann. Dreiwellig ist häufig noch nicht der richtige Anstieg oder eben mehrfach wackelnd, wie wir es ja mehrfach jetzt immer wieder besprochen haben. Das wären Anzeichen für die Korrektivrichtung. Und wenn es dann hier tatsächlich so mal aussieht, korrektiv, also nach unten, naja, dann sollte die starke Bewegung sich wieder fortsetzen, die hier. Und dann sind das Long-Einstiege. Also die Chance ist dafür tatsächlich da. Wir hatten gestern über die Unterstützung, die mögliche Unterstützung. Unterstützung ist nicht gesagt, dass der Kurs zwangsweise da dreht, aber die Marktteilnehmer kriegen die Chance. Und diese Chance wurde offensichtlich aktuell zumindest vorläufig mal genutzt, dort Einhalt zu bieten. Vorsichtig, aber für die, die jetzt schon super begeistert sind und sagen, ja, DAX, 19.000, wir kommen. Nee, vorsichtig. Das muss nicht sein. Es ist absolut denkbar, dass es hier eben in der Folge doch eher korrektiv nach oben geht. Das ist allerdings schickerweise überhaupt nicht verwechselbar. Viele schimpfen immer und sagen, ja, dann weiß ich es doch erst im Nachhinein. Ja, aber reagieren würde ich ja eh erst hier. Oder reagieren würde ich, wenn doch dieses Ding hier passiert, erst hier, also unter diesen Zwischentiefs. Also insofern bin ich gar nicht so sehr in der Gefahr, hier auf der falschen Seite zu liegen. Ich kann ja abwarten, was ich hier als nächstes geliefert bekomme und dann mich orientieren, richtungsmäßig, was da gerade passiert. Aktuell zumindest mal ist es eher die Aufwärtsrichtung. Ob das so bleibt, weiß ich nicht, denn das, was wir hier haben, ist im Moment tatsächlich auch dreiwellig. Das heißt, diese Zwischentiefmarke hier am Nachmittag, das war beim DAX Index ungefähr 14.725. Das war heute Nachmittag so 15, 15, irgendwie sowas in der Richtung. Und wenn wir da durchgehen, naja, gut, dann ist das mit der Long-Seite vorläufig nichts. Dann gehen wir auch noch mal hier runter und dann noch mal die Abwärtsseite. Manch einer sagt, naja, aber morgen ist Verfall. Da ist doch klar, dass das einen Einfluss hat auf die Kursbewegung. Ja, tatsächlich, da ist ein bisschen was dran. Das kann durchaus sein, dass wir jetzt bis morgen noch einschließlich gute Miene zum bösen Spiel machen und anschließend die Marktteilnehmer dann sagen, so, jetzt haben wir auch die Faxen dicke. Jetzt machen wir das, was wir eigentlich wollen. Und das ist möglicherweise immer noch diese Bewegung hier. Denn es gab auch negative Nachrichten und die gab es allerdings im amerikanischen Markt. Nicht so sehr die Jobless Claims, das ist eher nicht so dramatisch auffällig. Der Fidifat Manufacturing Index, das ist einer, der viel beachtet wird. Und der sagt immerhin aus, als Art Frühindikator, wie die Lage aktuell aussieht. Und das ist leicht verbessert zum Vormonat. Minus 24,3, minus 23,2, aber deutlich schlechter als erwartet. Man war davon ausgegangen, dass es deutlich nach oben geht. Immer noch im Minusbereich mit minus 15,6, aber eben deutlich besser ist. So, ist das jetzt eine gute oder eine schlechte Nachricht, könnte man sich die Frage stellen. Und das sehen wir relativ leicht, wenn wir wieder auf den Chart gucken. Denn an sich ist das für die Wirtschaft eher eine schlechte Nachricht. Wir wissen aber, dass häufig um die Ecke gedacht wird. Gerade der Nasdaq ist aktuell nun wunderbar in einer Aufwärtsbewegung. Zumindest mal ist er jetzt, ich mache mal das Geschmiere hier oben weg, das wir gestern hatten. Das war eine Option hier für den Bullenmarkt. Also das ist, bitte jetzt nicht davon ausgehen, ich habe es immer gewusst, dass er steigt. Allerdings haben wir gesagt, wenn er diese Marke und den Trendkanal nach oben durchstößt, ist das schon ein relativ deutliches Zeichen, dass die Marktteilnehmer nicht nach Gründen suchen, wieder zu drehen. Wie kann das jetzt passen? Naja, wenn die Wirtschaftslage doch nicht so gut angesehen wird, ist die Chance, dass die Notenbank zinslich ein bisschen zurückhaltender ist. Wenn sie aber zinslich zurückhaltender ist etwas, dann ist das für die Nasdaq-Titel tendenziell eher besser. Denn die sind, wie man sagt, zinssensitiver und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass sie negativ auf Zinsanstiege reagieren, ist wohl größer. Die Marktteilnehmer, wie auch immer, haben die Nachrichten von heute auf jeden Fall eher positiv aufgefasst. Ihr seht, dass wir hier im 5-Minuten-Chart deutlich nach 14.20 hier nach oben gegangen sind. Die Nachrichten kamen allerdings schon ein bisschen früher raus, 13.30, das war dann hier. Da ging der Kurs erst nochmal ein bisschen runter und anschließend dann erst 14.30 in etwa war der Kurs auf dem Weg nach oben unterwegs. Also wir sehen, letztlich haben sich die Marktteilnehmer doch gedacht, naja, so schlimm wird es schon nicht sein. Wir haben eine ganz gute Chance, dass der Markt sich hier nach oben entsprechend absetzt. Und aktuell hat er es gemacht und damit auch diese Marken durchstoßen. Ich muss gestehen, super glücklich bin ich mit dem Anstieg nicht. Warum nicht? Warum bin ich immer der, der mault? Na gut, ich gucke ja immer nur charttechnisch, eine eigene Meinung habe ich nicht. Und charttechnisch muss ich sagen, so sieht ein Anstieg idealerweise nicht aus. Wieso ist er auszusetzen? Wir sind, viele gucken dann auf den Betrag, wir sind um 7,25% gestiegen seit den Tiefs. Was bist du denn maulig? Das ist doch eine super Bewegung. Ausmaßmäßig? Yep, muss ich sagen, wunderbar. Aber die Art und Weise gefällt mir nicht. Das ist immer so, wenn man in ein gutes Restaurant geht und sagt, lecker ist es, aber man kriegt den Teller immer vorgeworfen und Fingerabdrücke sind auch noch drauf und maulig sind sie dann alle da noch, die da arbeiten. Das klingt irgendwie nicht so angenehm. Also, die Bewegung ausmaßmäßig ist super. Wir hatten hier allerdings mal eine Pause. Wir hatten hier eine Pause, die war überschneidend. Auch diese hier überschneidet sich mit dem, die davor ist. Na gut, könnte man sagen, hatten wir hier eine Pause. Wieder überschneiden. Das heißt, jedweder Rücksetzer, den wir hier hatten in der Aufwärtsbewegung, ist überschneidend. Es darf Überschneidungen geben, insbesondere wenn sie auf größerer und dann auf kleinerer Ebene sind, ist das gar nicht so untypisch, dass es Überschneidungen gibt. Aber hier überschneidet sich ja quasi alles. Also, der Markt hat so wenig Vortrieb zwischendurch. In der Summe schon. Aber warum, wenn die Marktteilnehmer so begeistert sind, lassen sie sich jedes Mal wieder darauf ein, so viel kaputt zu machen? Das sieht nicht gut aus. Aus meiner Sicht ist das ein typisch korrektives Verhalten. Jetzt bin ich natürlich auch nicht so doof, dass ich jetzt sage, naja gut, der Markt steigt, wir suchen jetzt zwingend nach einem Short. Wenn der Markt steigt, suche ich nicht nach Shorts. Ich bin aber mäßig begeistert, wenn ich so eine Bewegung sehe. Das ist nicht das, was ich mir normalerweise vorstelle. Und deshalb bin ich argwöhnisch. Vielleicht zu Unrecht, aber erfahrungs-statistisch gemäß wäre es mehr als zu erwarten. Also insofern, seid nicht übermütig, seid nicht, nee, es kann ja gar nicht passieren. So sieht ein korrektives Verhaltensmuster aus. Allerdings muss man ihm, wie gesagt, zugutehalten, dass er hier nach oben durch ist. Deshalb bin ich jetzt nicht auf Bärenmodus unbedingt unterwegs. Und solange die internen Bewegungen relativ korrektiv hier noch aussehen, Ihr seht aber, dass hier auch intern ganz schön viele Größe Überschneidungen sind. Im Großen, also diese Großen waren die, die wir hier schon gezeichnet haben. Diese Kleinen, die sind jetzt hier intern in dieser Bewegung, die sieht man hier im 4-Stunden-Chart nicht. Das finde ich nicht so gut. Allerdings das, was wir jetzt seit heute Nachmittag haben, ist par excellence. Da gibt es überhaupt nichts zu maulen. Deshalb, allen Unken rufen zum Trotz. Wenn der Markt jetzt hier in den nächsten Stunden mal ein bisschen korrektiv runterkommt, dreiwellig oder ebenso überschneidend, guckt euch das hier an, dreiwellig. So sieht dreiwellig aus, mehr oder weniger. So, irgendwie oder ebenso mehrfach überschneidend. Dann bin ich der Meinung, ist Long durchaus noch vertretbar, eben zu sagen, komm, man geht da hin und geht davon aus, dass wir zumindest mal die letzten Hochs dann nochmal wieder toppen. Das wäre zumindest statistisch gesehen das Sinnvollste. Also, ich bleibe auf der bullischen Seite so lange Abwärtsbewegungen und die will ich gerne sehen. Ich kaufe nicht gerne zum höchsten Kurs, sondern ich warte gerne auf die nächsten Rücksetzer. Das kann ja auch im Kleinen sein, dass man zwischendurch mal irgendeinen Rücksetzer kriegt. Aber irgendwelche Rücksetzer, die dreiwellig sind, das ist schon ganz angenehm. Und wenn ihr das habt, versucht dann eben entsprechend auf die Long-Seite wieder raufzuspringen. Das ist schon in Ordnung dann mit den Zwischenhochs als möglichen Trigger. Wenn die Marktteilnehmer aber jetzt sagen, guckt mal hier an, der Rüdiger hat auch gesehen, dass es korrektiv ist, wir drehen wieder. Das war jetzt nur mein Test, um die ganzen Käufer wieder zu verunsichern und hinters Licht zu führen, wenn der Markt so eine Bewegung als nächstes macht. Und ich kann euch nicht sagen, welche die nächste ist. Wenn ich so eine Bewegung aber sehe, kann ich die von dieser sehr, sehr, sehr gut unterscheiden. Traut ihr mir das zu? Ich traue euch das zu, dass ihr das unterscheiden könnt. So, wenn ich aber sowas jetzt kriegen würde und dann korrektiv nach oben, in die Mitte dieses Raums in etwa, ihr denkt an die blauen Kisten, das haben wir jetzt so häufig gemacht, das kriegt ihr selber hin, dann wären diese Zwischentiefs für die Short-Seite relevant. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, zeig doch mal die genauen Werte, die sind völlig egal, weil ich keine Ahnung habe, ob der Dreh jetzt kommt oder ob er vorher eben nochmal einen Kilometer weiter steigt und anschließend erst die Bewegung macht. Ich weiß ja noch nicht mal, ob diese Bewegung, die wir dann kriegen, ob die so lang ist oder ob die vielleicht so lang ist. Entscheidend ist, die Gegenbewegung so halbwegs, der starke, so ungefähr in die Mitte wieder rein und das muss korrektiv sein und dann die Zwischentiefs handeln. Wer sich jetzt wünscht, ich brauche eine klarere Aussage, ja, das denken wahrscheinlich viele Marktteilnehmer aktuell. Ich kann nur sagen, die Chart-Technik bietet in diesem großen Bild keine klare Aussage. Ihr erinnert euch an mein Gespräch mit Dr. Jörg Rahn, er sagte auch, die Fundamentalanalyse gibt im Moment keine klare Aussage. Das ist der Grund, warum die Marktteilnehmer nicht genau wissen, was Sache ist. Also insofern haltet euch ein bisschen zurück und nehmt diese Bewegung mit, die ihr dann wieder klar erkennen könnt und sagt, okay, den Part mache ich dann jetzt. Und alles, wo ihr nicht so sicher seid, wartet, bis euch die Marktteilnehmer wieder was Ordentliches anbieten an Information. Meine These zumindest mal. Ihr könnt es natürlich auch anders machen, aber so machen wir das zumindest. Nicht immer zum Erfolg, aber durchschnittlich schon. So, und jetzt gucken wir nochmal auf den S&P 500. Auch hier ist die Aufwärtsbewegung klar zu sehen, aber auch hier ist die Aufwärtsbewegung, wenn ich sie mal mit dem blauen Finger nachmale, nun alles andere als wirklichen Impuls mäßig nach oben und deshalb die Sorge, dass das nach oben eher korrektiv ist und wir früher oder später den Dreh kriegen. Im Moment sehe ich noch nicht. Gut, jetzt vielleicht im 5-Minuten-Chart bietet sich das an, aber vorsichtig, das kann nachher auch locker so aussehen. Ja, wenn jetzt ihr fragt, ja, aber das weiß ich doch nie vorher. Doch, wenn er so aussieht und wackelig hochkommt, welche Richtung? Hm, Short. Wenn er jetzt so runterkommt, welche Richtung? Long. Und zwar immer nach dem Trigger. Lasst euch das bestätigen, dass die Marktteilnehmer das auch entsprechend haben wollen. Also, ich sehe tatsächlich die Chance, dass der Markt noch weiter nach oben geht, zumindest noch mal vorläufig, ein Teilstück. Ich habe aber die Befürchtung, dass alles, was wir jetzt auf der Bullenseite sehen, nicht wirklich mit Lust und Liebe gemacht ist. Das ist so ungefähr, naja, wie die Kinder vom Betriebskreis fest, naja, vielleicht eine ganz blöde Analogie, aber man hat irgendwie den Eindruck, da wird mal schnell irgendwie was hingemacht und dann, oh ja, klasse, das geht jetzt mal in irgendeine Richtung, aber da fehlt mir die Leidenschaft. So sieht das typischerweise nicht aus und deshalb bin ich argwöhnisch, ich bin noch nicht wirklich begeistert. Ich mag völlig falsch liegen, der einzige Rettungsanker, den ich bieten kann, ist für so eine Situation, solange er korrektiv runtergeht, naja, gehe ich halt gezwungenermaßen, was heißt gezwungenermaßen, aber durchaus auch wieder gerne Long, weil das eben die stärkere Richtung ist und vorläufig sich wahrscheinlich zumindest noch mal ein gutes Stück fortsetzt. Der Dow Jones, ja, der gefällt mir schon fast mit am besten, denn der ist ja auch hier unterstützungsmäßig eigentlich an einer ganz guten Position, um jetzt da zu drehen. Er muss es nur machen, im Moment sehen wir es noch nicht, im Moment eiert er eher nach rechts, also es ist fast schon verhalten, der Verhaltenste von all den Indizes, die wir hier haben. Insofern so richtig begeistert sehe ich auch hier die Marktteilnehmer noch nicht. Immerhin haben wir hier einen Anstieg, einen Rücksetzer und jetzt wieder den Anstieg, allerdings, wenn es so bliebe und der Markt jetzt wieder runterkommt, ist das dreiwellig. Deshalb ist entscheidend, kommt der runter und wenn ja, wie kommt der runter? Kommt er jetzt wackelig runter? Ist die letzte Bewegung? Naja, die letzte zumindest mal steil gewesen. Kommt er steil runter, dann würde ich sagen, oh, sind wir nicht in der Gefahr? Wäre das sogar ein Short Trigger? Das ist ein wunderbarer Short Trigger, der sich aber in dem Fall nicht so richtig lohnt, denn die Aussage, nachdem wir hier schon mehrere Korrekturen hatten, ist, wenn er dieses Tief hier durchstößt, das ist das Tief von heute Mittag. Ja, wann war das? Na, heute Nachmittag. 15 Uhr in etwa. Wenn er das durchstößt, dann durchstößt er auch das Tief, was wir jetzt jüngst hatten, gestrigen, was war das, gestern Abend irgendwann. Ja, aber das ist doch keine, und er geht tiefer. Wie viel tiefer? Das wissen wir nicht genau, aber er geht wohl tiefer. Und das ist das Problem, der lohnt sich nicht. Das heißt, dieses hier ist keine Trigger-Marke für mich, die ich ausführe. Von der Logik gefällt sie mir, aber sie ist nicht lukrativ. Wenn er allerdings irgendwie Schub runter macht und dann wackele ich, dann habe ich ja wieder das verlängert hier, und dann seht ihr, habe ich ja hier durchaus weite Ziele gegenüber einer verhältnismäßig engen Stop-Weite. Den kann ich wieder machen. Den besser nicht als ein Entry. Also ihr seht, so richtig begeistert bin ich noch nicht, aber zumindest vorläufig ist der ganz schlimme Druck erstmal weg von den Märkten. Denken wir dran, morgen mit den Verfallstagen oder mit dem Verfallstag ist durchaus nochmal wieder eine Wende damit zu rechnen, dass die Markteilnehmer sagen, so, jetzt ist das rum, jetzt machen wir so, wie wir es eigentlich machen wollten. Also insofern nehmt das nicht zu genau, was die Märkte heute machen. Es könnte nochmal eine Finte sein. In diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.